Herzlich Willkommen zur dritten Episode von Back to the Roots. In der heutigen Episode möchte ich euch die wunderbare Pflanze, die Süßlupine, vorstellen. Im Allgemeinen gehört die Lupine zur botanischen Familie der Schmetterlings. Sie wird auch den Arten der Leguminosen untergeordnet. Dazu zählen unter anderem auch Bohnen und Erbsen. Sie wird auch Wolfs- oder Falzbohnen genannt und wurde schon vor 3000 Jahren im Mittelmeerraum verwendet. Das Problem dabei ist, dass sie nicht sehr bekömmlich ist aufgrund der bitterschmeckenden Alkaloide. Das sind stickstoffhaltige, alkalische und bitterschmeckende Pflanzeninhaltsstoffe, die auf das zentrale Nervensystem von Tieren und Menschen wirken und viele von ihnen auch sehr giftig sind. Sie dienen sozusagen als Fraßschutz der Pflanze. Darunter zählen zum Beispiel auch Solanin von Nachtschattengewächsen, wie in Kartoffeln und Tomaten, sowie auch Nikotin und Koffein. Allerdings ist es Züchtern gelungen, die Süßlupine aus der Lupine heraus zu züchten. Das heißt, das ist einfach eine Art, die weniger bitterschmeckende Alkaloide in sich trägt und dadurch auch bekömmlicher ist. Aufgrund dieser Züchtungen ist die Süßlupine eine super Alternative zur herkömmlichen Sojabohle. Sie ist eine basische Eiweißquelle und hat weniger harnsäurebildende Purine. Das ist eine Substanz, die sich in den Gelenken ablegt und unter anderem Gicht verursachen kann. Außerdem ist die Süßlupine eine wirkliche Nährstoffbombe. Sie hat im großen Umfang Mineralien wie zum Beispiel Magnesium, Zink, Kalzium, Mangan, Kupfer, Selen und das hochwertige B-Verfügbare Eisen. Zudem weist sie auch weitere Vitamine wie Vitamin K, verschiedene Vitamin B-Komplexe, Vitamin E auf, sowie alle essentiellen Aminosäuren wie zum Beispiel Lysin und Tryptophan. Ein weiterer Vorteil von der Süßlupine ist, dass sie auch in der Region angebaut werden kann, wie zum Beispiel in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Und daher muss auch für ihren Anbau jetzt nicht in Südafrika viele verschiedene tropischen Regenwälder abgeholzt werden. Und zudem ist sie auch nicht genmanipuliert, weil sie auch nicht für die Massentierhaltung als Futtermittel verwendet wird. Das ist schon mal ein wirklich großer Pluspunkt. Eine weitere positive Eigenschaft der Süßlupine ist, dass sie auf Stickstoffarmen und kargen Böden gedeiht. Sie lockert den Boden auf und sie dient auch als natürlicher Dünger, weil sie den Stickstoff aus der Luft entzieht. Und die Luft besteht zu 78 Prozent aus Stickstoff und reichert damit die Böden an. Und Stickstoff ist deshalb für die Pflanze notwendig, weil das ein natürliches Wachstumsmittel für die Pflanze ist. Sie bildet damit das Wettfälle Chlorophyll sowie Enzyme und Aminosäure. Das heißt, man kann einfach die Süßlupine anbauen und damit für einen natürlichen Dünger für folgende Bete und Äcker sorgen. Und damit kann man eigentlich die Süßlupine wie die Pionier, die transformierende Kiefer vergleichen, die sich in karge Böden und Sümpfe und saure Sümpfe traut. Und hier mit ihren Schatten und abwerfenden Nadeln einfach für eine gute Grundlage für weitere Sträucher sorgt. Und damit kann man einfach die Süßlupine auch hier als diese Art der Pionier darstellen. Und das ist einfach wunderbar, wie der Kreislauf der Natur ist. Wie könnt ihr die gesundheitlichen Vorzüge der Süßlupine in eure Ernährung integrieren? Ganz allgemein nimmt ihr einfach ein Keimglas oder eine Schüssel, füllt da die Süßlupine-Keimlinge rein, weicht sie für vier bis acht Stunden im Wasser ein und spürt sie dann morgens und abends, also zweimal am Tag. Und nach zwei bis drei Tagen könnt ihr dann schon die ersten Sprösslinge verzehren. Ganz normal wie Linsen zum Beispiel oder ihr macht es dann wie ich. und lässt sie dann auf Erde sprießen, bis ihr so ein wunderbares Grünkraut habt. Das könnt ihr dann nach circa zehn Tagen auch hier wieder mit einem Sprüher die Erde feucht halten, auch wieder zweimal am Tag befeuchten. Und die könnt ihr dann zum Beispiel entsaften oder auch einfach in euren Salat mit dazugeben. In diesem Sinne hoffe ich, euch hat wieder die Episode gefallen und ich konnte euch wieder eine Inspiration bieten, euer eigener Landwirt zu sein. In diesem Sinne spasiba sa Rosmortrit und wir sehen uns in der nächsten Episode von Back to the Roots. Bis dahin, ciao! Roots. Damage mite Tai Untertitelung des ZDF, 2020